Mit einem lieben Freund an der Seite schlafen Kinder meist viel leichter ein. Das My Lovely Monster von Rhea begleitet ihr Kind durch die Nacht. Es gibt ihm ein tröstendes Gefühl, wenn es einmal aufwachen sollte und hilft ihm, sich im Dunkeln zu orientieren. Das My Lovely Monster ist akkubetrieben und kann ganz einfach an der mitgelieferten Dockingstation aufgeladen werden. Es besitzt zwei Helligkeitsstufen sowie eine Notlichtfunktion, die sich bei einem Stromausfall automatisch einschaltet. Das Nachtlicht ist auch in einer batteriebetriebenen Variante als My Lovely Monster Mini erhältlich. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Rhea – für mehr Sicherheit und Wohlbefinden